Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Beta-Fazit. Denn das erste und gleichzeitig auch einzige Wochenende in der Beta ist nun für mich vorbei und ehrlich gesagt, das ist auch besser so. Nicht, dass das Spiel so schlecht wäre, aber es ist einfach nicht dasselbe, irgendwelche Charts zu leveln, die kurze Zeit später wieder gelöscht werden. Dazu kommt natürlich noch, dass man in der Beta ausschließlich die Seite des Imperiums gespielt hat, also wir jetzt, um mir einfach nicht die Story der Republik zu spoilern. Und gerade Korriban ist doch sehr... ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber gehen wir später nochmal detaillierter drauf. Und um das Ganze etwas besser erzählen zu können, habe ich mir den Ugi geschnappt. Hallo Ugi. Hallöchen. Vorweg nur noch kurz eine Spoilermeldung. Dieses Video und dieses Audio wird Spoiler enthalten. Ähm, die werden auch zwischendurch wahrscheinlich nicht mehr extra gekennzeichnet werden, von daher, hier so eine generelle Spoilerwarnung. Wir werden ein klein wenig aus der Story und so weiter erzählen, aber nicht besonders detailliert darauf eingehen. Ja, und wir beiden Republikspieler haben uns hier mal auf die dunkle Seite der Macht geschlagen und versucht, so viel wie möglich über deren Pläne in Erfahrung zu bringen. Wie hat dir denn die Beta gefallen? Sehr gut. Ähm, ich dachte eigentlich, dass ich die Beta gar nicht spielen würde, weil ich mir nichts spoilern würde. Aber ich habe mich dann von dir ja doch überreden lassen und ich habe es wirklich nicht bereut. Ich habe sehr viel und sehr lange gespielt. Ich habe drei Charaktere über Level 10 gespielt in zwei Tagen und ich bin hellauf begeistert. Das ist doch schon mal schön zu hören. Mir hat sie auch sehr gut gefallen. Ähm, lass uns das doch einfach anhand ein paar einzelner Punkte mal ein bisschen abarbeiten. Gerne. Ähm, fangen wir auch einfach mal mit dem Gameplay an. Wir haben ja jetzt beide ein bisschen gespielt und was hältst du davon? Spielt es sich flüssig oder gibt es da irgendwelche gravierenden Probleme bei? Ähm, zum Großteil spielt sich flüssig. Es ist das normale MMO-Gameplay. Du hast deine Tasten-WRSD, mit denen du läufst. Du steuerst mit der Maus. Du hast deine Fähigkeiten auf der anderen Zahlenleiste von 1 bis SZ ein. Bis dieses komische Akzort. Nur wenn man das wirklich so nehmen möchte. Ich bevorzuge da ja die QE-RFT-Steuerung. Ja, kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall, du drückst auf eine Fähigkeit und es klappt. Wobei, du hast ja selber festgestellt, manche Fähigkeiten, da sieht man erst den Effekt, sobald der Global Cooldown vorbei ist. Das liegt nicht daran, dass das Spiel irgendwie stockt, sondern das ist so geplant. Und allgemein sehen die Kämpfe, finde ich, ziemlich dynamisch aus. Wobei man dazu sagen muss, ich habe jetzt nachher diesen Test nochmal gemacht in der E-Mail. Da war so eine Umfrage bei und da stand wirklich eine Antwort bei, hatten sie Verzögerungen bei den Aktionen, die sie ausgeführt haben? Also ich denke, bei mir war das tatsächlich ein Problem, weil ich musste ja wirklich anderthalb Sekunden teilweise auf eine ganz normalen Schlagaktion warten. Und das war ja wirklich nicht so eingeplant. Ja, das kann vorkommen, aber ich denke mal, dass es im fertigen Produkt nicht mehr der Fall sein dürfte. Vielleicht zum Release. Wer weiß. Also gerade wenn die Server so relativ voll sind, da, weiß ich nicht, könnte sagen... Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja, ich denke auch, dass wir das jetzt nicht anreißen sollten. Aber du hast schon die dynamischen Kämpfe angesprochen. Was macht die so dynamisch für dich? Und die Effekte. Also in WoW da zum Beispiel, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, da hat man einfach nur, du schlägst auf den Gegner oder da fliegt ein Feuerblall. Aber wenn du zum Beispiel einen Kopfgeldjäger spielst, du hast deine Raketen, die fliegen auf den Gegner los, da explodieren sie dann. Die Gegner werden umgeworfen, das sieht einfach klasse aus. Du hast deinen Tod von oben, indem du auf ein Zielgebiet lauter Raketen fallen lässt. Dadurch hast du da ziemlich cool aussehende Explosionen. Die Gegner fliegen wieder durch die Gegend. Genauso, wenn der Sith-Inquisitor hochspringt und einmal auf den Boden schlägt. Wieder fliegt alles durch die Gegend. Das sieht einfach nur total toll aus und extrem dynamisch, wie gesagt. Ja, nicht nur dynamisch. Also was du jetzt gerade schilderst, es hört sich einfach an, du bist mächtig. Und das vermittelt mir jetzt so das Gefühl oder auch durch meine Erfahrung mit dem Inquisitor. Man hat Macht. Es ist kein Problem, dass man einfach auf mehrere Gegner zuläuft und man muss keine Angst haben, dass man stirbt. Man kann sie schlagen, wenn man gut ist. Das kommt dadurch, dass es nicht nur normale und Elite-Gegner gibt, wie in zum Beispiel World of Warcraft, sondern es gibt völlig unterschiedliche Gegnertypen. Es gibt schwache, normale, starke, Elite, Champion und so weiter. Und jeder hat einen unterschiedlichen Schwierigkeitstyp. Du kannst alleine problemlos drei normale Gegner besiegen. Das kommt einfach so vor, du bist deutlich stärker. Du kannst auf manche schwachete Ruinen zulaufen und die mit einem Lichtschwertlag niederstrecken, so wie man es auch aus den Filmen gewohnt ist und gefälligst erwartet bei einem Star Wars Spiel. Ja, das finde ich auch ist ein sehr wichtiger Punkt. Man hat aus den Filmen schon lange gesehen, die Jedi sind so etwas Mächtiges, eine elitäre Klasse im Prinzip schon, die in der Welt rumläuft. Gut, in den Filmen gibt es natürlich weniger und wir sind jetzt in The Old Republic, da gibt es halt noch sehr viele. Aber ich finde, dieses Spielgefühl, dass man da wirklich diese Macht hat und sie auch nutzen kann, ist sehr gut umgesetzt worden. Richtig. Wobei wir ja sagen müssen, an der einen Stelle im Startgebiet der Kopfgeldjäger auf Nalhuta, der Champion, der da rumstand, war erstens sehr unerwartet, dass da plötzlich einer auftaucht. Champions sind ja im Prinzip Bossgegner. Und der haut auch schon sehr gut zu. Ja, das war witzig. Ja, witzig kann man es auch nennen. Naja, ich finde es schon witzig, wenn man da langläuft und sieht, wie so ein riesiger Droide einen kleinen Agenten platt haut. Ja, das hat was. Aber darin hat man auch gleich wieder ein schönes Feature gesehen aus SW-Tor, nämlich die Wiederbelebung. Wenn man stirbt, hat man ja einmal die Möglichkeit, wieder zum Medi-Center zurückzukehren. Oder man kann eine Sonde rufen und sich dann selbst wiederbeleben an Ort und Stelle, kommt dann ins Leben zurück durch diese Sonde, die mit 20 Minuten Cooldown oder so hatte. Weiß ich nicht ganz. Und auf jeden Fall wird man dann in Tarnung wieder zurück ins Spiel geschickt für die nächsten paar Sekunden. Ganz genau. Ja, damit man sich sehr gut orientieren kann. Man kann Gegnern aus dem Weg gehen. Startet allerdings nicht mit voller Gesundheit. Also die muss man danach noch ein bisschen aufbauen. Wenn man direkt wieder in den Kampf geht, stirbt man sehr schnell wieder. Richtig. Also in Sicherheit bringen, eure Heilfähigkeit nutzen und dann geht das. Beziehungsweise Regenerationsfähigkeit, die ja jede Klasse standardmäßig hat. Ja, und bei manchen sieht sie auch vernünftig aus. Der Inquisitor sieht ja aus wie Lack und Leder und dann noch ein bisschen Rotschimmer drauf. Okay, ich denke zum Gameplay haben wir erstmal genug gesagt. Wie findest du denn, sieh das Spiel nicht grafisch aus, sondern vom Interface her? Das Interface gefällt mir eigentlich recht gut, muss ich sagen. Also diese Blautöne an sich gefallen mir jetzt schon recht gut. Ich habe auch in, oh Gott, WoW-Vergleich, da immer drauf hellblau umgestellt. Aber das Interface sieht einfach sehr aufgeräumt aus. Also man hat die Lebenspunktebar und die Ressourcenanzeigen sehr schön zentral. Darunter direkt die Fähigkeitsleisten, die man auch sehr variabel noch verändern kann. Also man kann links welche erstellen, man kann rechts welche anzeigen lassen. Man hat in der Mitte mehrere Reihen davon. Und man hat einfach sehr viele Möglichkeiten, das einzustellen. Das gefällt mir immer sehr gut, da ich sehr viele Aktionsleisten brauche. Aber man hat natürlich auch, ja, Karte rechts unten, da werden einem auch immer schön detaillierte Informationen angezeigt. Und alles andere. Es ist einfach, die Ecken sind ausgefüllt. Also der zentrale Bereich ist frei. Man kann sehr gut die schöne Grafik aufnehmen. Und mir persönlich gefällt die sehr gut. Aber was hältst du von der Leiste, die da oben in der Mitte immer steht? Die finde ich extrem unnötig. Also wir haben ja selber einiges an MMO-Erfahrung, sind deswegen mit den Hotkeys vertraut. Und selbst wenn wir sie mal nicht kennen, dann schlagen wir sie kurz nach und nutzen dann immer die Hotkeys. Wir drücken C, um auf unser Charakterprofil nachzugucken. Wir drücken B, um die Tasche zu öffnen. Und dann will ich da oben keine komische Leiste, die mir die Sicht versperrt eventuell, wo ich über Mausklick nochmal dieses ganze Menü aufrufen kann. Das ist einfach Quatsch. Das braucht man nicht. Naja, ob das Quatsch ist, würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind halt jetzt schon langjährige MMO-Spieler. Wir sind das alles gewohnt. Aber stell dir mal jemanden vor, der wirklich komplett neu in dieses Genre reinkommt. Also ich hatte am Anfang da sehr große Probleme, mir die ganzen tausenden von Tastenbelegungen erstmal einzuprägen. Hattest du da keine Probleme mit? Nö, eigentlich nicht. Ach, angebar. Ja, aber ich hoffe wirklich, dass oben diese Leiste noch ausgeblendet werden kann. Ja. Sie stört auch einfach diesen Panoramablick dieses Spiels. Also gerade bei mir auf Korriban, als ich den Inquisitor gespielt habe, alles ist wüstig, alles ist sandig, alles ist so in einem Rotschimmer gehalten. Und dann ist mitten oben in dem Bild einfach so eine hellblaue leuchtende Leiste drin, die alles ein Stück weit auch ruiniert. Und ich würde mir da einfach wünschen, dass Bioware da noch ein bisschen dran dreht, dass man da auch noch ein Stück einstellen kann. Also entweder, dass man die Leiste verstecken kann oder dass sie zumindest woanders ist. Ja, ganz genau. Und man hat ja in den normalen Einstellungen eh schon enorme Möglichkeiten. Also da gibt's ja alles. Ja. Ja. Ja, also ich... Da hat Darian ganz recht. Ich spiele jetzt vor allen Dingen darauf an, ich kann da die Sichtweite beispielsweise einstellen. Man kann ganz nah an den Charakter herangesoomt spielen, du kannst aber auch ewig weit weg gehen und hast dann so einen riesen Überblick. Dazu kannst du zum Beispiel vor dem Chat die Transparenz ändern, du kannst die Minimap umstellen, du kannst... ...den Chat verstecken und die ganzen spammenden Kiddies ignorieren. Das kann man natürlich auch. Das ist auch sehr wichtig. Aber man kann vor allen Dingen auch... Entschuldigung. ...die Gruppenfenster ändern. Also dieses normale Gruppenfenster ist für mich nicht geeignet. Was sagst du dazu? Ich benutze eigentlich immer das Standard-Interface. Ich habe auch die Gruppenfenster lieber, weil bei den Operations später, wenn man dann mit 16 Leuten unterwegs ist, natürlich die sogenannten Operation-Fenster... ...so heißt es wirklich, besser nutzbar sind. Man hat dann sowieso keine Companions dabei, weil die werden nicht mehr angezeigt bei der Variante, zumindest im Beta-Bild, den wir jetzt hatten. Aber man hat das viel besser auf einen Blick, wie viel Leben ein Spieler hat. Und mit dem normalen Gruppenfenster, was man in einer Vierergruppe hat, ist das nicht zu vergleichen. Das sehe ich ganz genauso. Also dieses ganz normale Gruppenfenster ist wirklich sehr eng gehalten. Also du hast da ja nur so einen Hauch von Lebenspunkte-Leiste. Und gerade bei mir, ich spiele gerne Heiler, da sieht man einfach nicht genug. Da stirbt da jemand weg, weil da irgendwie nur so ein ganz kleiner Marker mal hin und her wandert. Und da weiß man kaum, wie viele Lebenspunkte jemand hat. Deswegen habe ich mir das direkt auf dieses Operationen-Fenster oder Operations-Fenster umgestellt. Und die konnte man natürlich gleich wieder Größe, Länge, Höhe verändern und auch die Zahlen anzeigen lassen. Das hilft mir als Heiler enorm. Eindeutig. Ja, aber wo wir jetzt gerade schon bei den Rollen sind, als DDD braucht man sowieso nicht. Als Heiler hat man dann die schönen Operations-Fenster, die man auch noch verschieben kann. Das hatte ich gerade noch vergessen. Aber es fehlt eindeutig als Tank etwas. Und zwar meine ich hierbei die Aggro-Anzeige. Hast du da im Spiel eine gefunden? Kein bisschen. Es war für mich nicht ersichtlich, wer Aggro hat, wie viel Aggro man hat, wenn man da unterwegs war. Ob du jetzt angegriffen wirst oder wer anders, das war... Das schien zumindest als reines Glücksspiel. Und da sollte noch irgendwas gedreht werden, dass man zumindest sieht, okay, ich habe jetzt Aggro und ich habe auch erstmal 50% mehr Aggro als alle anderen. Weil wenn du sonst am Tanken bist, da gehst du ja kaputt, wenn du immer Panik schieben musst, ob dir irgendwer wegrennt. Oh ja. Ja, wir hatten ja den einen Flashpoint auch ausprobiert. Da wollen wir nachher auch noch kurz darauf eingehen. Aber das war wirklich Zufall. Also ich habe versucht zu tanken auf Level 11 und... Naja, ob das wirklich so Zufall war, ich glaube, ich habe einfach nur ein Stückchen weit mehr Schaden gemacht als du. Ja gut, darin kann es natürlich auch liegen. Du hattest natürlich auch die bessere erweiterte Klasse, muss man auch mal dazu sagen. Aber wenn wir jetzt mal beim Interface bei sind, kommen wir doch mal auf dein absolutes Lieblingsfeature. Ja, die Karte ist transparent, wenn du läufst. Dadurch verläuft sich unser lieber Darion nicht mehr und er weiß meistens, wo er für eine Mission hin muss. Ja, ich muss ja gestehen, ich bin geografietechnisch eine absolute Katastrophe. Also ich habe selbst mit dieser Map noch teilweise geschafft, mich zu verlaufen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich laufe nach rechts und komme nachher links an. Das finde ich witzig. Also mir reicht da total die Minimap und Darion schafft es noch nicht mal, über die große Karte zu finden, wo man eher hin muss. Ja, deswegen Minimap auf einen ganz kleinen Transparentmodus stellen, dass man so gerade noch die Linien der Wege sehen kann und dann einfach die Minimap quasi ablaufen mit seinem Pfeil. Das muss teilweise einfach sein, um die Questgeber zu finden. Ich schaffe es teilweise nicht ohne. Ich brauche einfach so eine Karte. Okay, wo wir bei den Quest-Sielen waren. Wir wissen jetzt, über die Karte findet man sie ganz einfach, da kann man sich die wunderschön anzeigen lassen, sieht auch, wo man hin muss. Aber allgemein die Quests, wie haben sie dir gefallen? Hervorragend, muss ich sagen. Also ich war am Anfang wirklich sehr skeptisch, als ich gehört habe, alles ist voll vertont und so. Und gut, es wird schon ganz oft gesagt, dass das große Feature dieses Spiel die Vollvertonung ist und deswegen, gut, da muss man jetzt nicht nochmal extra drauf eingehen, dass das Spiel nur deswegen toll ist. Nein, diese Quests sind wirklich extrem gut eingebettet. Es ist vielleicht ein Tick übertrieben an manchen Stellen, dass man wirklich alles vertont hat, aber es macht einfach ein ganz tolles Gefühl. Man fühlt sich wirklich in diese Welt eingesogen. Ja, auf jeden Fall. Die Quests sind toll, sie machen Spaß. Man hat auch nach dem Startplaneten nicht das Gefühl, eine Quest vier- und fünfmal gemacht zu haben, vom Prinzip her. Es kommen zwar immer wieder Töte sechs davon und zwölf davon, aber man bemerkt es nicht, weil die Quests einfach abwechslungsreich sind. Während man eine normale Quest erfüllt, bekommt man noch zufällig eine Bonus-Quest dazu, die Möglichkeit besteht, die man natürlich nicht abschließen muss, aber kann. Und dafür extra Erfahrung erhält. Die Videos mit den Antwortmöglichkeiten, wo man das aussuchen kann, das finde ich klasse, dass man da seinen Charakter ordentlich entfalten kann und nicht, okay, Person A befiehlt mir was, deswegen mache ich das, ich nehme die Quest an, so wie bei WoW, sondern Person A sagt mir, na du pfeife und ich reagiere erstmal damit, dass ich ihm einen Machtblitz reinjage oder sowas. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber mir ist gerade kein besseres Beispiel eingefallen. Ja, das ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht passiert. Aber, das kann man schon sagen, man wird beleidigt. Also die Charaktere sind dann nicht besonders zimperlich, gerade auf Korriban, da sind die doch schon sehr hart gesotten. Aber, und wenn wir immer noch bei den Gesprächen sind, was hältst du denn von der Art der Vertonung, also der deutschen Lokalisierung dabei? Lokalisierung ist ein schönes Thema. Ich bin bei WoW absolut dagegen gewesen, dass Sachen wie Crossroads eingedeutet wurden. Ich will natürlich nicht in Donnerfels unterwegs sein, sondern ich laufe über Thunderbuff und so weiter. Und die Namen sind auf Englisch. Es ist wunderbar, du guckst ja in den Filmen auch keinem anarkinen Himmelswanderer zu, so wie in Himmelsreich, sondern, ja, Entschuldigung, Anspielung auf Elder Scrolls, sondern du hast dann wirklich die Skywalker, du hast Darth Skotia, also du hast englische Namen. Es ist einfach passend zum Setting und es fühlt sich sehr authentisch an. Stell dir mal vor, dass man als Republikanhänger plötzlich nach Koroskant reist. Also das klingt für mich so nach... Oder Teuton. Genau, oder Teuton beginnt Koroskant weiter. Das wird eine Hammer-Storyline werden. Ja, aber, du hast ja gerade schon gesagt mal, Storyline. Was hältst du von der Entwicklung deines Charakters? Merkt man sie überhaupt? Oder ist das wie bei anderen Spielen? Und jetzt, ja, man muss kein Spezielles nehmen. Nimm einfach insgesamt andere Spiele. Wenn du das mit anderen Spielen vergleichst. Wie ist da dein Eindruck dazu? Die Storyline ist super. Also ich habe drei Klassen angespielt. Davon eine nicht ganz fertig, den Starplaneten. Und ich fand im Allgemeinen, die Klassengeschichte hat sehr gut gepasst. Die war einfach nur stimmig. Auch wenn Darion sich beschwert hat, dass man als Inquisitor dauernd runter gemacht wurde. Es passt einfach dazu, dass du Inquisitor bist. Dass du ehemaliger Sklave warst. Und aufsteigst, um mächtig zu werden. Dabei natürlich aber anfangs von noch gar keinem respektiert wirst. Und der Letzte abschauen bist. Es ist einfach super stimmig. Und dadurch, dass du auch über die Zeit hin zeigst, ich bin toll. Und auch noch deine Fähigkeiten kriegst, um das unter Beweis zu stellen. Ist es einfach super authentisch. Und es macht einfach nur Spaß. Wobei man ja sagen muss, man wird ja nicht toll als Inquisitor. Man wird böse. Man wird pure evil. Ja, aber böse ist nicht das Gegenteil von toll. Du kannst toll böse sein und du kannst toll gut sein. Ja, gut. Aber bei dieser Auswahl gibt es ja sowieso ein paar Probleme. Auch in-Game muss man sagen. Man muss nur diese ganzen Light- und Darkside-Points da mit reinnehmen. Also ich hatte an einigen Stellen das Problem, ich konnte nicht zuordnen, was jetzt eine Lightside-Entscheidung war und was eine Darkside. Zum Beispiel musste ich einmal einen Meister, der hat mir eine Aufgabe gegeben, ein Quest-Item zu holen. Ohne zu sagen, was. Die Schülerin spricht mich da kurz danach an und sagt mir hier, mein Meister ist ein totaler Depp. Gib mir das Item, ich manipuliere das, dann können wir ihn hintergehen. Ja, gut. Ich denke mir halt, ja, es ist total böse, dass ich den Meister von ihr jetzt hintergehe, dass ich da intrigant handele. Und gebe ihr das Item, sie manipuliert es, ich kriege die Credits, auch nett, und gebe es dann ihm. Und er macht sich total zum Affen dabei, verliert seine Reputation und was weiß ich nicht. Und ich kriege dafür Lightside-Points. Was daran liegt, dass er wahrscheinlich verrückt war und du seiner Schülerin einen Gefallen tust, weil sie ja unter der ganzen Situation litt. Ich habe es genau andersrum gemacht. Wenn man dann einfach dem Meister das Item gibt und sagt, ach übrigens hier, deine Schülerin wollte dich verarschen, dann kriegst du deine Darkside-Points, weil du gepetzt hast. Okay, das macht sogar Sinn an der Stelle mit den Darkside-Points. Aber man kann wirklich oft nicht entscheiden, ist etwas jetzt Lightside oder Darkside. Wobei, manchmal kommt es einem ganz gelegen, dann hat man eine Entscheidung 1 oder 2. Und dann wird einem auch in dem zentralen Fenster angezeigt, ob es hell oder dunkel ist. Das hilft dann manchmal schon zu entscheiden. Ja, nur leider waren da halt teilweise wirklich Grafik-Bugs in dieser Anzeige. Gut, ist Beta, müssen wir nicht darüber streiten. Das kann passieren, das wird beim Release auch nicht mehr sein. Aber ich hatte zum Beispiel das Problem, dass da einfach so eine blaue Leiste mittendrin ist und mir teilweise das Bild versperrt hat. Ziemlich gestört hat das. Und was auch besonders war, man wusste zwar auch manchmal, okay, das ist jetzt eindeutig Lightside oder Darkside, aber du kannst auch, wenn du dir das Ziel gesetzt hast, ich will jetzt der total Böse sein und immer meine Darkside-Points sammeln. Ich konnte mich an einer Stelle dann wirklich nicht aufreißen, aufraffen, Böse zu sein. Ich will jetzt nichts spoilern, aber ich hatte da eine Entscheidung, ob gut oder Böse. Ich habe mir vorher fest vorgenommen, ich bin Böse. Daran kann, glaube ich, auch bestätigen, dass mir das im Blut liegen würde. Eindeutig. Aber ich habe es echt nicht übers Herz gebracht. Das fand ich beeindruckend, dass ein Spiel mich vor so eine Wahl stellt, wo ich dann gegen meine eigentlich festgelegten Grundsätze widerstoße. Ja, es ist wirklich beeindruckend, was das Spiel da wirklich leistet. Und das war ja nicht nur die eine Stelle. Gut, ich weiß jetzt auch, welche du anspielst und da können wir wirklich nichts zu sagen, das wäre zu krasser Spoiler. Aber auch noch eine andere Stelle, wo es ums Foltern geht. Also es hat mir so richtig widerstrebt, innerlich diesen Kerl zu foltern, um an Informationen zu kommen. Und trotzdem kriegst du Leidzeit, weil du es verhindern wolltest. Ich habe ihn gefoltert, auch wenn ich komplett dagegen war. Ich habe die Informationen bekommen und habe mich total mies gefühlt. Und ganz ehrlich, das ist doch großartig für ein Spiel, dass es solche Emotionen einfach in einem auslösen kann. Wenn man sich fest vornimmt, du bist böse und trotzdem bringst du es nicht übers Herz. Großartig für ein Spiel. Einfach nur klasse. Und wenn man dann die ganzen großartigen Story-Elemente auf dem Stabplaneten endlich, was heißt endlich, wenn man sie dann durchgespielt hat, dann kommt man auf Level 10 auch in den Genuss, auf seinen Hauptplaneten zu kommen. Wobei eigentlich kommt man ja gar nicht direkt zum Hauptplaneten. Da ist ja noch ein Zwischenschritt. Richtig. Sobald du mit deinem Stabplaneten fertig bist, hast du die Wahl. Nein, du hast nicht die Wahl. Du reist dann erstmal auf die imperiale Raumstation. Das ist sozusagen eine große Stadt. Du hast da alles Mögliche. Du triffst zum ersten Mal die Lehrer für deine Crewfähigkeiten. Denn du kannst endlich deine erweiterte Klasse wählen, weil du Level 10 bist. Naja, zumindest sollte man Level 10 sein, wenn man da hinkommt. Andere haben es auch schon früher geschafft. Zum Beispiel Darion. Ja, ich bin da irgendwie sehr gut dran. Nur mit der erweiterten Klasse gibt es ein Riesenproblem. Hast du es gefunden, wo man wechseln konnte? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe es am Ende gegoogelt und ich habe dich gefragt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich einen Lehrer gefunden. Aber im ersten Moment bin ich einfach auf Drum und Cards gegangen und habe da als Level 10 Inquisitor weitergelevelt bis Level 11. Richtig. Das ist ein Riesenproblem. Du bist Level 10 und du kommst auf diese imperiale Raumstation. Und da stehen wirklich, muss man zugeben, sobald man da hinkommt, stehen da NPCs. Aber das große Problem ist, die sind weder gekennzeichnet mit einem Questzeichen über dem Kopf, noch steht da, hier, sprich mal den an. Oder es kommt eine automatische Sequenz. Hey, wartet mal, ich will mit euch reden. Sondern, du läufst dich nur straks an denen vorbei. Und du bemerkst erst, sobald du auf dem nächsten Planeten bist. Warte, also irgendwas habe ich jetzt verpasst, glaube ich. Ich habe auch nur durch großes Glück herausgefunden, ach, mit dem Typen musste ich jetzt reden. Ja, also, ich hoffe nicht, dass das wirklich auf dem nächsten Planeten dann erst bemerkt wird. Ich weiß nicht, ob Bayou hat ja irgendwo eine Sperre eingebaut hat. Weil es hieß mal, es soll nicht möglich sein, ohne erweiterte Klasse zu spielen. Aber gut, ich habe jetzt bis Level 11 nur das Gegenteil beweisen können. Weiter habe ich es nicht versuchen wollen. Dafür fehlt auch einfach die Zeit an so einem Wochenende. Und selbst wenn man dann die Lehre erst mal gefunden hat, es fehlen einfach vollkommen die Informationen. Man wird einfach vor die Wahl gestellt, willst du das oder das sein, da hat man vielleicht einen 10-Zeilen-Text oder so, und anhand dessen muss man sich für immer festlegen. Ja, das ist wirklich ein bisschen... Also, die Quest dazu fand ich vor allem beim Kopfgeldjäger recht cool gemacht. Aber dann hast du am Schluss die Wahl, okay, willst du jetzt beim Inquisitor, willst du jetzt Hexer oder Attentäter sein? Dann steht da, der Hexer schießt mit Machtblitzen beim Attentäter, er kann sich tarnen und ist im Nahkampf unterwegs. Und dann jeweils noch als Erklärung, du machst entweder Schaden oder Heilung, beziehungsweise du machst Schaden oder bist Tank. Dann kannst du dir zwar noch deine Talentbäume angucken, aber an sich weiß man nicht wirklich, was diese erweiterte Klasse jetzt ausmacht. Ich habe mir da zur Hilfe die Charakterfortschritt-Videos angeguckt, das hilft schon, aber nicht jeder Spieler weiß, dass es diese gibt oder nicht jeder will sie das angucken, keine Ahnung. Und dann stehst du da von einer Entscheidung, die dann wirklich dein Spiel verändert. Wenn du dich verklickst oder so, dann darfst du den gesamten Charakter, die 6 Stunden oder wie lange das braucht, um auf Level 10 zu kommen, nochmals spielen. Oh Gott, das ist eine absolute Horrorvorstellung. Aber an der Stelle kann man einen ganz einfachen Hinweis geben. Geht auf TheForce.eu und schaut euch die Videocasts von Brigant und mir an. Da kann man schon sehr viel über die einzelnen Klassen erfahren. Ja. Schleich Werbung. Ja gut, Werbung Ende. Aber für unsere Seite darf man ja auch mal Werbung machen, finde ich. Ja, aber jetzt haben wir das mit den erweiterten Klassen schon mal abgelegt. Man hat eine, man ist, wir sind beide, nee, wir haben Kopfgeldjäger gespielt, du hast den. Ja, ich hatte den Söldner, weil mir die Raketenanimation sehr gut gefallen hat, die Flammenwerfer hingegen nicht so. Deswegen habe ich mich für den Söldner entschieden. Ja, und ich bin auf Powertag gegangen, weil ich dachte, der kriegt so einen coolen Jetpack-Charge. Der wurde anscheinend in einem früheren Bild entfernt. Von daher war ich da ziemlich unzufrieden mit meiner Klasse. Aber ich bin jetzt ge... Äh... Ja, ich weiß nicht, wie ich das gescheit ausdrücken soll. Zumindest habe ich jetzt das Problem, dass ich einfach nicht mehr umwählen kann und jetzt quasi an diesen Charakter gebunden wäre. Aber dann hatten wir es halt irgendwann geschafft, unsere erweiterten Klassen zu wählen und standen nun vor der Aufgabe, nach Drum und Kars zu reisen. Dafür hat man zwei Möglichkeiten auf dieser imperialen Raumstation. Einmal mit einer ganz normalen Fähre, die da hinfliegt zum Hauptstadtplaneten des Imperiums. Oder man nimmt die Black Talon, haben vielleicht einige schon gehört. Damit soll es viel schneller gehen. Richtig, man kommt dann auf die Ebene, wo die Abflüge sind, will dann eigentlich zu seiner Raumfähre gehen und dann ist da plötzlich so eine Quest. Man redet denen an, äh, hey, mit der Black Talon geht es viel schneller, fahrt doch mit, ist bestimmt eine sichere Reise. Denkst du dir, okay, das ist scheinbar mein erster Flashpoint, womit wir beim nächsten Thema wären. Du suchst hier einfach eine Gruppe aus einem anderen Mitspieler, denn so haben Darian und ich das gemacht. Wir waren zwei Leute, noch unsere beiden Compendings dazu, waren wir vier in der Gruppe und schon sind wir perfekt geeignet, um da reinzugehen. Ja, wobei man sagen muss, also er ist am Anfang, vor allem die Trashmoves sind relativ einfach. Die erste Gruppe habe ich sogar theoretisch solo geschafft. Theoretisch? Also mit Tod von oben, vom Kopfgeldjäger schaffst du so ziemlich jede Gruppe da alleine. Mit Kopfgeldjäger, ja. Mit meinem Inquisitor hatte ich da ein paar Probleme ohne erweiterte Klasse. Das war nicht ohne. Aber, ja, dafür ist halt auch nicht ausgelegt, dass man da alleine reingeht. Richtig. Ja, aber zu zweit war es halt, es war am Anfang nicht anspruchsvoll. Das kann man wirklich nicht sagen. Ja, wobei ich immer noch nicht weiß, ob das daran liegt, dass wir vier Leute drin hatten oder ob es einfach daran liegt, dass man als Kopfgeldjäger eine Heilerin direkt am Anfang hat und man dann mit Heilung wirklich zugespampt wird. Ja, ich denke auch daran wird es vor allen Dingen bei den, also die Trashmoves waren einfach, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Bosskämpfe waren zum Teil wirklich anspruchsvoll. Und da war es auch wirklich Gold wert, dass wir die beiden Marcos dabei hatten, die uns dann geheilt haben. Weil wie gesagt, wir hatten keine Agro-Anzeige. Die Agro ist immer hin und her gesprungen, es ging fast wie Tischtennis an manchen Stellen. Und da hatten die schon wirklich gut zu tun. Und wir mussten teilweise wirklich auf unsere Lebenspunkte achten. Und was ich wirklich sehr schön finde, wo BioWare etwas wunderschön gut gemacht hat, man braucht bei einigen Bossen Movement. Es gibt einen Boss, der macht so Drohnen, die ein bisschen Feuer spucken, da darf man nicht in der Nähe stehen. Dann ein anderer Boss macht so ein, macht einen Cast. Um sich herum sind dann die Leute verlangsamt. Das heißt, ihr müsst rausrennen, ihr seht diesen Cast. Und wenn der fertig ist mit seinem Zauber, dann gibt es in diesem Bereich eine Art Explosion. Gibt dann Schaden für die, die drinstehen. Und wer drinsteht, der kriegt dann auch wirklich Probleme mit seinen Lebenspunkten. Das heißt, da müsst ihr dann rausrennen. Das finde ich sehr schön gemacht. Direkt am Anfang vom Spiel wird dir beigebracht, raus aus der roten Suppe, rein in die grüne oder sowas. Ja, das ist schon sehr viel wert bei dem Spiel. Aber man hat ja nicht nur die Bosse, die Spaß machen, auch die Trashmobs, die wirklich Spaß machen zwischendurch. Und auch wie die animiert sind oder wie die in die Story eingeführt werden. Teilweise kommt dann einfach aus dem Nichts in die Wand eine Raumkapsel geschossen und da kommen dann die Gegner aus. Das sah wirklich klasse aus. Aber wo du auch sagtest, inszeniert. Ich finde, der gesamte Flashpoint ist klasse inszeniert. Es startet damit, du hast ein Gespräch und das war für mich beim ersten Mal neu, weil ich bis dahin alleine gespielt hatte und dann plötzlich Gruppenmitglieder hat. Sobald du in einer Gruppe bist, kannst du gemeinsam an Gesprächen teilnehmen. Das bedeutet, du bist nicht der Einzige, der entscheidet, sondern es wird ausgewürfelt, wer jetzt entschieden hat. Und wenn der eine jetzt sagt, gut, ich möchte Person XY töten, die anderen drei sagen aber, dass es nicht machen wollen, der eine aber dann gewinnt mit dem Würfeln, weil er per Zufall eine 200 würfelt oder so, dann wird der halt getötet. Und dann wird wegen diesem einen Spieler der gesamte Flashpoint verändert, als wenn man es mit der anderen Entscheidung gehabt hätte. Ja, dazu muss man auch noch sagen, nur der, der die Wahl tatsächlich gewinnt, den Würfelwurf, nur er kriegt die Social Points und auch nur er kriegt dann die Rufpunkte bei seinem Companion. Das finde ich schon wieder etwas schade. Mit den Rufpunkten, das stimmt, das ist schade, aber jeder kriegt Social Points, nur der, der gewinnt, kriegt mehr Social Points. Deswegen hat man da, glaube ich, nicht so einen Nachteil, weil man ja auch eine Chance hat zu gewinnen und bei jedem Spieler ist diese Chance dann 25%. Also kriegt jeder mal mehr, mal weniger. Oder es läuft wie bei uns beiden, du kriegst 80% der Punkte und ich gewinne dann auch mal so 20%. Ja. So kann man das natürlich auch spielen. Aber wenn wir schon die Dialoge angesprochen haben, dieser ganze Flashpoint ist sehr Story-lastig. Glaubst du, oder wie hat dir das erstmal gefallen und daran anschließend, glaubst du, dass das in späteren Flashpoints genauso der Fall sein wird? Ich sag mal so, wir haben diesen Flashpoint zweimal zu zweit gemacht. Beim ersten Mal haben wir uns noch alles angehört, haben unsere Entscheidung getroffen, haben es durchgespielt, hat Spaß gemacht. Beim zweiten Mal kam dann diese Beta-Durchsage, in 15 Minuten werden die Server runtergefahren. Deswegen mussten wir uns beeilen, aber ich denke, das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man es später machen wird. Wenn man dann auf Level 50, ist das Maximallevel, wenn man dann auf Level 50 in einem Flashpoint drin ist, in dem man schon sieben Mal war, dann will man nicht zum achten Mal dieses gleiche Gespräch hören. Man würde es auf jeden Fall überspringen. Deswegen, es ist beim ersten Mal durchspielen recht schön, dass es auch Story-lastig ist. Ich finde das gut gemacht. Ich finde das auch für ein Rollenspiel sehr ansprechend. Aber irgendwann nervt es einfach nur noch. Du willst nicht immer wieder das Gleiche hören. Du hämmerst dann auf deine Leertaste, bis du 1, 2 oder 3 drücken darfst. Das sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei späteren Flashpoints noch so extrem viel Story drin sein wird. Also es wird garantiert irgendwelche Flashpoints geben, wo man dann deutlich weniger Story-Elemente hat. Wo man dann noch mehr einfach gegen Trash an anderen Strichen kämpft. Die Entwickler hören Trash nicht gerne, dafür entschuldige ich mich. Weil sie sind halt auch designt worden extra dafür und daher ist es kein Müll in dem Sinne. Sie sind einfach nur leichtere oder Standard-Gegner. Und die Bosse sind auch eigentlich schön gemacht. Und ich denke, da wird dann einfach mehr Wert drauf gelegt, als auf diese ganzen Dialog-Scenen. Für den Bossen war ich recht begeistert. Vor allem eine kleine Anekdote. Gestern ganz gegen Ende, kurz bevor die Server runtergefahren wurden. Für Darian war es das zweite Mal, dass er in dem Flashpoint war. Da muss man, ich hoffe ich spoiler jetzt nicht zu viel, vier Sachen ausschalten. Danach geht eine Tür auf und da kommt ein Boss raus. Das Schöne ist aber, man kann auch einfach weiter spazieren, ohne gegen diesen Boss zu kämpfen, indem man einfach die vier Sachen in Ruhe lässt. Was macht Darian? Der läuft einfach weiter, fragt mich, ob ich bereit bin. Er zählt runter bis drei. Ich feuere meine Attacke auf den Gegner und ich stelle erst dann fest, sag mal, wo bist du eigentlich? Ich stehe alleine vor dem Boss. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen an der Stelle, aber es hat ja noch funktioniert. Da wir den Boss schon einmal gemacht hatten, war das auch kein großartiges Problem. Die Bosse sind wirklich klasse, vor allem der dritte Boss, das ist eine Jedi-Padawan, gegen die man kämpft. Super, der hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Wirklich großes Lob an die Entwickler. Und das schon für den ersten Flashpoint. Richtig. Auf imperialer Seite. Ich erwarte viel, also wehe, ihr enttäuscht mich. Ja, für die Operations kann man das ja genauso sagen, aber lassen wir das Ganze erstmal weg, das sprengt ja sonst jeden Zeitrahmen. Es sollte ja an diesem Wochenende einfach nur ein Stresstest werden, dass man einfach nur kurz testet, wie sind die Server, wie ist die Server-Performance, wie sind die Wartezeiten. Hast du da gravierende Probleme festgestellt? An dem Samstag, da war es heftig. Also Samstag war wirklich Krieg und ich meine jetzt nicht Krieg der Sterne, sondern Krieg der Server. Aber ich habe, als ich mich einloggen konnte, endlich um 18.40 Uhr oder so, weil ich vorher nicht freigeschaltet wurde, komme ich auf die Server-Auswahl. Die nordamerikanischen Server waren allesamt voll, über die Hälfte hatte eine Wartezeit von über zwei Stunden. Und bei den europäischen Servern war ein einziger, der nicht voll war. Und das fand ich erstmal erschreckend. Weil wenn ich mich dann am ersten Tag, wo das Spiel draußen ist, einlogge und feststelle, oh scheiße, das sind nochmal viermal so viele wie bei der Beta, die Server sind sowas von überlastet. Ich hoffe wirklich, dass die daraus noch lernen und irgendwas machen. An Lex war es jetzt im Spiel nicht wirklich schlimm, aber ich will gefährlichst auf meinen Server kommen, wenn ich spiele. Ja, vor allen Dingen, die Server sind jetzt am Start auch zugeteilt. Eben. Du hast ja nicht die Wahl, dann plötzlich auf einen anderen auszuweichen oder so. Weil da musst du dann ja auch auf dem anderen Server bleiben, damit dein Charakter da bleibt. Richtig. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich fange jetzt mal neu an, ich gucke mir die Liste an, auch da ist ein Freier, gehe ich da einfach drauf. Sondern wir sind von The Force EU, wir haben unsere The Force EU Gilden, wir kommen mit der The Force EU Gilde auf den Server und demnach müssen wir da drauf bleiben. Und wenn dann plötzlich zigtausend Leute mit uns spielen wollen auf diesem einen Server, dann wird das ziemlich heftig, glaube ich. Ja, das könnte sehr große Probleme geben, aber ich denke mal nur zum Release. Also jetzt dieser Stress. Das ist klar, also das wird nur zum Release sein, irgendwann werden sie das verbessert haben. Da gehe ich von aus, Blizzard hat in den letzten sechs Jahren ja auch sehr viel gelernt. Ja, ich finde damit können wir das Ganze abschließen eigentlich. Nur noch kurz die Frage, um so ein Fazit zu SWTOR so ein bisschen ziehen zu können. Wirst du dir das Spiel holen? Also ich habe es bereits vorbestellt, das war schon seit der Gamescom der Fall. Ich bin jetzt davon überzeugt, dass ich es eine ziemliche Weile spielen werde. Es steckt sehr viel drin in dem Spiel, es macht sehr viel Spaß, es sieht klasse aus für ein MMORPG. Das muss man wirklich zugeben. Und ich werde erstmal die ersten Monate dabei bleiben. Es steckt wirklich viel drin in dem Spiel, es hat Spaß gemacht, das zu spielen. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde das Spiel auch wirklich großartig. Ich bin völlig gehypt jetzt von diesem Spiel. Ich will eigentlich weiterspielen, aber... Ja, noch drei Wochen warten. Ja, genau. Drei Wochen. Oh Gott, wie überlebt war das bis dahin? Mit The Force EU Video Guides. Okay, das war jetzt wirklich nicht abgesprochen, sorry. Aber ich denke, wir haben hier ein wirklich gutes Spiel vor uns. Das wird auch richtig Spaß machen können. Nicht nur als Singleplayer-Spiel. Es hat auch in Gruppen wirklich Spaß gemacht. Auch wenn viele was anderes behaupten. Ja, ich finde damit sind wir dann auch schon am Ende. Oder schon ist gut. Ja, hat ja recht lange gedauert. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns zuzuhören. Ich hoffe, euch wird das Spiel gefallen. Mich hat es einfach nur umgehauen. Viel Spaß. Schöne Grüße. Ich glaube, das war es, oder? Ja, würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.